Meine Damen und Herren, ich möchte Ihre Aufmerksamkeit jetzt auf den großen Käfig lenken, in dem sich Ihnen 14 majestätische Löwen vorstellen, die der bekannte Larry Allen Dean dressiert hat und ihn nun präsentieren wird. Nun, meine Liebe, ich weiß, dass du zu jung bist, um dich an einen Namen wie Clyde Betty zu erinnern. Er galt weltweit als einer der größten Löwendresseure und stand fast 40 Jahre in der Manege. Larry Allen Dean mit seiner Dressur erinnert an die Atmosphäre jener Zeiten. Erinnert an die Atmosphäre jener 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 Erinnert an die Atmosphäre jener